Hallo, mein Name ist Robert, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin vor einiger Zeit zu 360 Grad Zahn gekommen, weil ich mich informieren wollte bezüglich eines Zahnaufbaus, weil ich aufgrund von Epilepsie sehr stark abradierte Zähne habe. Dazu kommt, dass ich knirscher bin und da wollte ich mich einfach unverbindlich erstmal erkundigen und die Leute waren sehr nett und freundlich zu mir. Bis jetzt fühle ich mich sehr gut aufgehoben und freue mich darauf, wie es weitergeht. Der nächste Schritt ist die Präparation der Zähne. Im Anschluss erhält der Patient ein Provisorium, das direkt hier im Labor hergestellt wird und in ungefähr einer Woche werden wir den finalen Zahnersatz gemeinsam mit dem Zahntechniker am Patienten besprechen und den Patienten einsetzen. Ich bin sehr überrascht von dem Ergebnis meiner neuen Zähne. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich mich morgens im Spiegel betrachte. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich kann dadurch jetzt viel besser auf Menschen zugehen, kann mich auch viel frei in meinem Job bewegen und fühle mich auch sicherer im Verkaufsgespräch. Ich bin auch schon auf meine Zähne angesprochen worden, dass diese sehr schön sein und es ist natürlich ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wenn andere Menschen auf dich zukommen und sagen, du hast schöne Zähne. Das ist natürlich ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.